Ich möchte aber bitte rassen. So, danke. Wie kann ich helfen? Ist etwas nicht in Ordnung? Wacho, Wacho, Ferdinand! Kann ich helfen? Ähm... Hast... Kann ich helfen? Dein Befehl? Nein. Wo trinkst du? Allian. Brauchst du mich? Jawohl. Also, in Ordnung. Ja. Ich mache... Die Fahrt zu Fahrten deuten mehr Spächen als Worte. Okay, die sind alle auf jeden Fall angepisst. Einverstanden. Was? Sag, was du von mir willst. Euer Leben ist verwirrt. Wie kann ich weiter? Aber wenn wir nicht total erschöpft sind, dann kriegen wir sie auch hin. Ohne, dass mit dem Ding auch noch angepisst auf uns ist. Okay, was haben wir da jetzt gefunden? Das ist eine große Metallscheibe an einer Reihe von Kettengliedern. Auch hier ist das Symbol von Wilf den Stamm, dem Stamm des Bären, abgebildet. Sie scheint absichtlich mit einem scharfen Gegenstamm verunstaltet worden zu sein. In Ordnung. Ihr seid zurückgekehrt. Habt ihr in den Gräbern irgendwelche Hinweise gefunden? Das Amulett haben wir in Wilf den Skrab gefunden. Es scheint absichtlich verunstaltet worden zu sein. Das ist Wilf den Stammeszeichen. Solche Ketten werden von den Königen meines Volkes getragen und gelten als die wertvollsten aller weltlichen Güter. Ja, die Gruppe hat Wilf den Stammeszeichen verloren, hat viele Erfahrungspunkte gewonnen. Ihr habt heute da Wilf den Seichen als Beweis gegeben. Kein wahres Stammesmitglied würde es wagen, solch ein heiliges Objekt zu entfeinen. Wenn Wilf den für diese Schändung verantwortlich ist, dann ist das nicht der Geist Jerods, der jetzt seinen Körper bewohnt. Wir haben hier heute das Tablet gegeben, das wir im Wilf den Skrab gefunden haben. Die verunstaltenden Gesiegelen sowie die Entweihung des Grabes waren Beweis genug, den Schamanen davon zu überzeugen, dass der Geist der Wilf den Skörper innewohnt nicht der barbaren Held Jerod sein kann. Wenn ich Jerod wäre, dann... Das weiß ich nicht. Selbst in meinen Visionen ist das Antlitz des Königs verborgen. Fast so, als würde meiner Vision entgegengewirkt. Es gibt jemanden, der uns vielleicht bei unserer Aufgabe helfen könnte. Wenn die Legende wahr ist, könnte sie in der Lage sein, diese Seele so zu sehen, wie sie wirklich ist. Wer ist diese Person, von der hier spricht? Sie ist als die Seherin von Finsterfrost bekannt. Einst war sie eine mächtige Beschwörerin von Geistern, die mit dem Stamm des Elches lebte. Ja, die kennen wir aus dem Hardoff Winter Intro. Das ist nämlich die Sprecherin dort. Der Legende nach war ihre Sehergabe so mächtig, dass ihre Augen zu Staub zerfielen. Es heißt, sie sei nach Norden geflohen, um in der Dunkelheit des Finsterfrostes zu leben. Was ist der Finsterfrost? Der Finsterfrost liegt ganz im Nordosten, jenseits des Rackettgletschers. Es ist ein uralter Ort, so alt wie die Welt selbst. Die Geschichten meines Volkes besagen, dass der Finsterfrost den Ort bezeichnet, an dem die Sonne aus Torrels Bauch gestoßen wurde, als sie noch eine junge Mutter war. Das möchte ich mir jetzt nicht vorstellen. Es wird erzählt, dass die Hitze der neugeborenen Sonne den Gletscher verbrannte, als sie in den Himmel floh. Das Eis wurde schwarz wie die Nacht und das Land herum versank in Dunkelheit. Klingt nach einem einladenden Ort. Wie finden wir dorthin? Ich werde euch den Weg auf eurer Karte einzeichnen. Beeilt euch auf eurer Reise, aber Vorsicht! Die Wächter des Finsterfrostes schützen die Seherin vor Belästigungen durch Sterbliche. Nur denjenigen, die sich als würdig erweisen, wird ihre Weisheit zuteil. Also gut, wir machen uns unverzüglich auf den Weg zum Finsterfrost. Ich werde die Verbannung brechen und heimlich zum Lager zurückkehren. Wenn ihr erfolgreich seid, geht ihr direkt zur Methalle und verlangt eine Audienz bei Wilftin. Zusammen werden wir ihn bloßstellen und seinem bösen Handeln ein Ende bereiten. Um die wahre Identität des Geistes der Wilftins Körper in der Wut herauszufinden, hat uns Jolda gebeten, das Orakel des Stammes aufzusuchen. Die Seherin von Finsterfrost, er hat den Ort, an dem wir nach der Seherin suchen sollen, auf unserer Karte eingezeichnet. Sobald wir sie gefunden haben und die Wahrheit über Wilftin erfahren haben, sollen wir zum Barbarenlager zurückkehren und vor dem Rat angehört werden. Dann dem Wohl. Windgang Jolda und wir sind alleine hier. Jolda hat uns erzählt, dass er sich der Verbannung widersetzt und heimlich ins Barbarenlager zurückkehren würde. Das Lager ist jedoch gut bewacht. Es wird schwer, wenn nicht sogar unmöglich sein, hinein zu gelangen. Vielleicht hätte er sich im nahegelegenen Wald versteckt. Wir sollten dort nach ihm suchen. Ja, haben wir neue... Also ja, wir haben jetzt den Finsterfrost. Hier oben. Wir sind erschöpft. Wir haben Untote vor uns. Wir gehen einfach hier rum und da oben raus. Mit deiner Erlaubnis. Bereit zu neuen Taten. Worum handelt es sich? Gern geschehen. Und auf. Ich möchte mich ja nicht einladen. Ja, aber vielleicht sollten wir eine Rasse bringen. Ich bin müde. Vorwärts. Wir müssen rasten. Gut, wir sind auch gleich beim Turm hier angekommen. Wenn ich noch einen Schritt machen muss, fallen mir die Füße ab. Ich muss mich bald ausruhen. Ich bin erschöpft. Lass uns eine Weile rasten. Gewiss. Ja, also wir wollen verkaufen. Was? Also Winterwolfspelze können wir bei ihm nicht verkaufen. Schwere Repetierarmbrust. Hier haben wir auch nichts zu verkaufen. Elendsbote auch nicht. Der kleine Schild. Erstklassiges Bastardschwert. Waki Sashi. Können wir verkaufen. Streitagsmüdigkeit können wir verkaufen. So, jetzt haben wir Geld. Das Ding ist eigentlich fünfter Grad. Mal kurz gucken. Fünfter Grad. Na, ist nichts, was wir bräuchten, um es zu verdoppeln. Sag, was du von sofort. Die, der sofort. Gut, das heißt, wir können die Insel jetzt wieder verlassen, nicht? Aber, Herr Kameraden, was kann der Junge nicht für euch tun? Könnt ihr uns zurück nach Heim im Wald bringen? Bei Umberle ist ein typischer Mann. Ich hatte ja gehofft, dass ihr mich das fragen würdet. Seid ihr bereit, loszufahren? Ja, gehen wir. Fahrwärts. So, jetzt nach den ganzen Nächten in diese Untotenhöhle wird es Zeitpunkt wieder für eine richtige Rast. Ich frage mich, ob Drogal noch länger hier bleibt, jetzt dass seine Brüder tot sind. Drogal kann sich zu seinen Brüdern im Bauch dieses Wolfes gesehen, soweit es mich betrifft. Einverstanden. Oh. Hat es noch jemanden erwischt aus der Fallensteller-Familie? Ja, erstmal hätte ich eine Unterkunft für die Nacht, und zwar königlich diesmal. So. Waren. Gucken wir mal. Was könnten wir dir verkaufen? Keine Wolfspelze. Oh, du kaufst uns die Edelsteine ab. Munition verkaufst uns keine ab, aber... Ja, Spitzbubensteine sind recht teuer, wertvoll. Aber soweit ich weiß, brauchen wir keine... So. Mal auf irgendwelche Sidequiz. Wie kann ich helfen? Gewiss. Verwärts. Oh. Ein höherer Wehrwolf. Spür meine stellende Klinge. Und da ist er jetzt weg. Er hat sich in einen Wolf verwandelt und ist abgehauen. Da sollten wir vielleicht gleich mal dem... ...Weitläufer berichten. Zu dem wollte ich eh. Und er ist gar nicht da. Sofort. In Ordnung. Das heißt, wir sollten vielleicht... ...die Nacht abwarten. Gewiss. Ja. Jetzt sollte es... ...mittags sein schon. Okay. Sofort. Ist der Weitläufer jetzt wieder da. Es ist komisch, dass... ...Emmerich in der Nacht verschwindet... ...und auf einmal ein Wehrwolf auftaucht... ...der scheinbar für den Tod der beiden... ...Äh... ...Fallenstelle verantwortlich ist. Einverstanden. Schön, euch wiederzusehen. Gibt's was Neues von unserem Killerwolf? Wir haben ein Wesen abgewehrt, das nachts durch die Straßen pürschte. Wir glauben, dass es ein Wehrwolf war und dass dieser hinter den Morden... ...in der Stadt steckt. Ein Wehrwolf, wie ist das möglich? Ich bin sicher, dass der Wolf, der mich angegriffen hat, hinter den Morden steckt. Nicht irgendein verfluchter Mensch, der zum Bestie geworden ist. Wie wollt ihr wissen, dass das Wesen, das euch angegriffen hat, kein Wehrwolf war? Hm, vielleicht habt ihr recht. Es heißt, dass diese Wesen die Fähigkeit besitzen, sowohl die Gestalter des Menschen... ...als auch die eines Tieres anzunehmen. Ich wurde aber bei dem Angriff verletzt. Wenn es tatsächlich ein Wehrwolf war, hätte sich sein Flug dann nicht auf mich übertragen. Vielleicht hat er das ja. Was wisst ihr noch von den letzten Nächten? Bei den Göttern, deshalb diese Albträume. Seit dem Angriff werde ich jede Nacht von demselben furchtbaren Albträumen geplagt. Ich dachte, das wären nur Träume, die mir der Waldvater schickt, um mich an meine Verstöße zu erinnern. Wenn ich morgens schweißgeberte Wache schwimmen immer noch die glausigen Binnen im Koffer rum. Oh, barmherzige Mächte, ist wahr. Was habe ich getan? Was ist aus mir geworden? Beruhigt euch. Es muss doch irgendwie zu helfen sein. Ein mordendes Monster, das ist aus euch geworden. Jetzt müsst ihr für eure Goldtaten bezahlen. Keine Bange, euer Lein wird bald vorüber sein. Haltet mal kurz still, es tut auch ganz, auch nur ganz kurz weh. Hagel, nein, böse. Sein Pech, was? Naja, solange ihr euch von uns fern haltet, ist es mir ziemlich egal, was ihr nachzutreibt. Gebt wohl.